So, also ich mache hier nochmal ein kleines Video. Ja, also ich denke, ja, ich denke, wir gehen nächste ähm, am Sonntag oder am Montag, denke ich, werden wir hier irgendwo mal in einen gemeinsamen Inti-Käfig gehen, so für eine Woche oder zwei, und dann in einen großen Hauptkäfig, ja, weil wie gesagt, das sieht jetzt eigentlich so ganz gut aus, ja, also der macht jetzt nicht mehr so groß, ist immer noch gut, er ist ein junger, junger Hupfer noch, noch, ja, mit seinem ein Jahr, drei Monate, glaube ich, wo er jetzt alt ist. Ja, wie gesagt, das sind natürlich zwei, alles vier Opis, ja, schon fast, ja, und klar, ja, wenn er dann zu den Kleinen kommt, ist, ja, ein Opa wird auch noch nicht sein, wenn er zu den Kleinen kommt, aber vielleicht kann er sich dann mit den Kleinen mal ein bisschen, vielleicht fühlt er sich dann auch ein bisschen besser mit klar, ja, ja, alles klar. Also, wie gesagt, sieht eigentlich ganz gut aus und ich habe jetzt vor, am Montag in Inti-Käfig zu gehen. Gern?